Hätte von mir sein können, hohoho Tank! Weg, 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 weg! Weg, 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 weg! Sehr gut! So will ich das haben! Ach, und wieder so ein scheiß Hunter! Danke! Hat jemand noch was zum Heilen? Ich bräuchte Hilfe. Was, nimmst du auch ein Snipergewehr? Ah! Okay, beschützt mich mal kurz, bitte. Bitte! Bin schon wieder am Start. Weiter geht's. Wo schießt... Ach so. Ah, wo war? Äh, ja! Hallo! Ah, okay. Ich krieg wieder nichts mit. Wo ist der? Da stehen welche. Schön, dass mir das auch jemand sagt. Achtung! Äh. Weiter geht's. Äh, da ist noch einer. Und da sind ganz viele. Ihr seid hinter mir. Sehr schön. Achtung, da kommt was. Und da lang. Was ist das? Uh, die wollte ich haben. Danke. Okay. Und tschüss. Lade nach. Jetzt bin ich. Äh. Okay, den Satz führe ich nicht zu Ende. Ne, jetzt bin ich unbesiegbar, baby. Ich höre schon wieder eine Witch. Die Frage ist bloß, wo. Okay, dann über den Truck. Hopp. Durch den Truckhof. Äh, wo? Da? Ja, da wäre auch blöd. Da wäre so durchgekommen. Oh. Okay, schnell weg. Schne weg! Lade nach! Lade nach! Oh. starten sie die generatoren ok ich starte die generatoren danke wie viel naht verteidigt euch ja halleluja ach so da hoch ja dreck schweine nix gibt es hier hochklettern ja ja nicht auf die schießen auf mich so sieht es nämlich aus ja das war geil hier steht aber auch total unnützlich ja da liegt mir die pack das hole ich mir was machten ihr hier unten hoch mit uns ich würde da nicht so untenrum stehen ehrlich gesagt oder sind wir jetzt schon durch wow nein natürlich nicht also wenn der bloß da drüben rumklettert ist das einfach ja super das war lustig ich geh mal schnell munition holen und ich komm wieder hoch ja ja boomer boomer ist doch scheißegal dafür würde ich mir jetzt sorgen machen das war wieder so ein smoker aber ich habe mich selbst geschützt ich brauche mir nicht zur hilfe ein ach die kommen wieder von unten nicht hier hochklettern hallo frisch verboten ah danke oder auch nicht au aber heilen ist meine gute idee beschützt mich doch mal eben beschützt mich doch mal eben danke oder auch nicht je nachdem ob wir es überleben oder nicht wo geht denn hier schon ach ihr holt ach so neu starten okay ich brauche Hilfe ich starte die generatoren achtung das war's oh oh schnell 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 danke noch mehr verteidigt pass auf halt die klappe ach das war's cool weg hier ich habe crash test champion und unerschütterlich freigespielt freigeschaltet die überlebenden konnten fliehen über den französ sowie und final fantasy yeah gute halbe stunde normal äh keiner ist gestorben äh wir zwei zwei mal aus der frisch gesetzt ich habe am meisten verbandszeug verbraucht aber keine schmerzmittel keine rauch rohbomben keine mutterfkopfels blablabla ich weiß nicht ob es jemanden interessiert ich lasse jetzt einfach mal laufen nicht okay ja war der gerade live dabei es interessiert ja eh keinen ähm ja gut dann ähm war's das mal wieder die nächste session als nächstes äh spielen wir Todeszone die hat wieder 5 kapitel äh freut euch ich freu mich bis gleich